Die Sendung wurde live untertitelt. Du änderst wieder die Richtung und wieder folgt dir der Sturm. Immer und immer wieder. Wie ein wilder Tanz mit dem toten Gott, kurz vor der Dämmerung. Der Sturm kommt nicht einfach von irgendwoher. Als hätte er nichts mit dir zu tun. Du selbst bist der Sturm. Etwas in dir. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als dich dem Sturm zu stillen. Aber täusche dich nicht. Er wird dir ins Fleisch schneiden wie tausend Rasierklingen. Und wenn der Sandsturm vorüber ist, wirst du nicht mehr wissen, wie du ihn überleben konntest. Aber eines ist sicher. Wenn du aus dem Sturm herauskommst, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Es wird schön sein. Beautiful. Beautiful.